Alter, du wirst nicht glauben, was Cartman gekriegt hat. Hepatitis B? Nein, du Hackfresse. Vier Tickets für die 28. Reihe beim Donnernde Muschis-Konzert. Du hast Tickets für die Donnernde Muschis? Wir gehen morgen Abend hin. Cartman hat den Busfahrplan im Kopf. Bin gleich wieder da. Mama, Papa, darf ich mit den Jungs zu den Donnernden Muschis? Nein, Kyle. Aber alle anderen gehen hin. Du bist noch zu jung und diese Konzerte sind ordinär und brutal. Aber Mama, ich... Die Antwort lautet nein, Kyle.